Eine Bar. Wir befinden uns hier gerade im Chill-Bereich. Die meisten Gäste benutzen diesen Bereich nicht, aber es ist eigentlich super schön. Auch wieder mit riesengroßen Fensterscheiben mit hohen. Man hat auch eine mega schöne Aussicht und hier ist das total niedlich gemacht. Hier kann man sich hinlegen. Die sind breit, diese kleinen Sofas. Da kannst du dich zu zweit hinlegen mit einer Decke und Kissen. Das ist super schön. Das ist alles nur extra für Gäste. Es ist wie eine Lodge. Chill-Out-Bereich mit Bar. Das ist direkt neben dem Sport- und Spa-Bereich.